Hallo Sportfreunde! Heute wieder eine Übung zum Facial Relax, also zur Faszienentspannung. Diesmal geht es um die tiefen Bauchnussungen. Die laufen hier in der Hüfte lang neben einem Becken und Knochen. Und die können verspannen. Verspannen bei vielen sind meistens zu, weil wir immer in dieser gebückten Haltung durchsitzen oder was auch immer sind. Wenn die verspannt sind, verändern sie die Zugkräfte im Becken, in der Hüfte und das löst Rückenschmerzen aus. Dazu nehmt ihr einfach einen Restbald und legt den hier neben den Beckenknochen ins Fleisch rein, ungefähr eine Handbreit unter den Bauchnabel. Und legt euch einfach auf den Bauch drauf, den Kopf könnt ihr ablegen und atmet ganz entspannt in den Bauch rein. Wenn das von der Intensität her nicht ausreicht, hebt ihr über den Hintern das komplette ganze Bein nach oben und atmet ruhig und gleichmäßig tief in den Bauch ein und aus. Und ihr werdet beim Ausatmen, wenn ihr in die Kugel einsackt, wie intensiv ihr die Faszien bearbeitet. Das Ganze zwei Minuten pro Seite und ihr werdet langfristig und rückenschmerzenlos. Viel Spaß, sportfrei. Bis zum nächsten Mal.